ganze nacht durch jetzt glamulana bis wir alle welten gefunden haben mal wenn ich nicht bald schule hätte wieder dann werde ich das vielleicht wirklich machen ich habe jetzt schon ich habe heute rausgefunden dass ich nicht am montag schule habe sondern am mittwoch das ist nicht schlecht ist echt nicht schlecht ja aber ich behalte meinen schlafrhythmus trotzdem jetzt erst mal wenn ich jetzt die nacht durchmachen ne ganz ehrlich wenn ich jetzt die nacht durchmache ich muss die ersten schultage auf jeden fall noch dabei sein danach kann ich wieder nachlassen nicht spaß aber ich versuche jetzt wirklich gerade die letzten zwei schuljahre das sind die wichtigsten jetzt also ich muss das jetzt wohl wahr danach kann ich wieder nachlassen und ja keine ahnung ich beziehe dann hat sie also übrigens der part hat ja schon gestartet recht ja schon irgendwie als als da oben warst einem zweiten screen da ist ja interessant ja okay aber ich habe zugehört was du gesagt hast du hast nichts peinliches gesagt das können wir auf jeden fall der welt ja ich auch nie also ich habe auch noch nie was er bereut in meinem leben ich doch nicht was kann man da oben eigentlich ja das können wir noch nicht lesen das war es wenn du mir gleich genug geld soll ich dir ein paar tipps geben fürs geld farmen ganz easy so als kleiner kleiner als kleines bitte es gibt in der welt noch geld wirklich vor die spawnd leben hat sich verändert ja mein leben mein leben hat sich verändert aber was da ist jetzt ein lift muss ich doch ich wollte doch die bloß die die zuschauer verarschen ist doch klar es tut mir leid tut mir leid ich hab den warschen gestoppt finde ich nicht okay von dir oh scheiße oh scheiße oh was soll das oh das war meine tastatur ups das war es nicht gut ich verstehe auch nicht was du hier gerade wieder für spanische sprache oder deutsche sprache in englisch sprichst ich überlege die ganze zeit was die damit meinen ich überlege einfach gar nicht was die meinen weil ich es einfach eh nicht raffen würde ich meine du hast das spiel schon zweimal durch deswegen kannst du dir mehr vorstellen vielleicht ja ich meine ich denke ich weiß über was zu reden aber es ist immer so verkryptisiert ich querte hier wahnsinnig ich komm da nicht hoch so die zubatzen immer noch nicht nein sie sind nicht so schlimm wie du denkst stell dir mal vor die plattform so groß wie limesa ein paar auf einem bildschirm und dann viele fledermäuse weißt du die meiste die meiste zeit bin ich einfach zu behindert zu zu springen ganz ehrlich ich will an die leite hoch und dann spring ich einfach dran vorbei das ist nicht gut ja das ist auch wirklich nicht gut das ist ungesund ja äußerst du mir was mein Doktor gesagt oh oh der Doktor muss nur wohl Ahnung haben der ist ja Doktor Ahnung boah Doktor Ahnuss sehr guter Arzt Shurikens oh 92 Münzen 92 Münzen ich sehe ich nicht da 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 ich bin knapp ja da ist wieder die Welt mega Spoiler wieder Nee, nee, da ist es nicht Scheiße Nee, nee, das ist es auch nicht Schau mal, was das Skelett sagt Oh, stimmt, da war ja was Weißt du, dann, wenn ich was damit anfangen kann, nee Äh, M? Vergiss ja gar nichts Oder die Tafel da hinten Ja, aber das bringt mir ja da nichts eigentlich, oder? Die Tafel ist eigentlich nur Naja, ich weiß nicht, manchmal kann man Tafeln lesen ohne einen Glyph-Reader, manchmal nicht Ja, aber die ist ja kaputt Okay Ja, wenn es kaputt ist, dann fehlen Teile vom Text Es ist nicht nur kryptisch geschrieben, sondern es fehlen auch noch im kryptischen Textteile Das ist Sehr, sehr geil, okay, dann nehmen wir das hier Okay, wir machen beim nächsten Mal das Schwer zuerst Irgendwann haben wir es Irgendwann haben wir es Übrigens Was mir jetzt hier einfällt Wollen wir uns da Irgendwann das Item holen, damit wir hören, wann die Wann du Rätsel löst Es gibt so ein Item Seriously Ja, das Ich dachte, das habe ich einfach nur so Das Muschelhorn Oh, ich kann diese scheiß Muscheldenchlein, Mann Die sind scheiße Wollte ich nur so gesagt haben Das ist 100 Geld Vielleicht kann ich das Spiel durchspielen Oder auch nicht Ich weiß, ich werde es nicht tun Du kauf dir einen Cliff-Reader Nein Skill Kannst du dich immer wieder in die Welt teleportieren Das hört sich vielleicht wie eine gute Idee an, aber es ist keine gute Idee Das werde ich dir jetzt beweisen Hier Wegen dem Potse hier Na, guck Da ist nichts drin Genug Beweise Ich hoffe doch Oh, Mann Ich lebe gefährlich Ist manchmal schon hart Nicht zu spoilern, ich muss sagen Ist auch manchmal schon ziemlich hart Mit Low IQ hier rumzulaufen Vielleicht sollte ich manchmal auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was ich tue Weißt du was? Ich habe eine gute Idee Ich bin nämlich so clever Hier Ich meinte natürlich Ja, ja, genau das Speichern bitte Genau das Ich bin sehr gut in dem Spiel Wir können mal MS Basic, was? MSX Basic, oder was stand da? Ja, das ist der Wenn du die Map hast Dann kannst du auf F4 die Map dir anschauen Ist gar nicht so schlecht Vielleicht, wenn man das Spiel nicht kennt Ah, ne, hier ist der MSX Zwei Wo ist denn das scheiß Ding? What the fuck? Wir könnten uns auch den Buckler kaufen Kauf dir einfach, was dein Herz begehrt Ich habe keine Ahnung, was was da macht Und was was bringt Wenn du hörst, kannst du dir die Namen anschauen Wins Aber gut, da steht Map oben Ich meine Sehe ich zu schwer Wart Ne, sehe ich nicht Da steht auf keinen Fall Map Ich könnte da den Map stehen Ich habe es auch nicht erkannt Am Anfang Sieh, so diese Pixelgrafik Hier zum Beispiel wäre eine Waterproof Case Interessant Und hier ist der MSX 2 Hey, you ain't got the cash Soll ich dir Das Secret vom Muschelhorn zeigen? Warum kann ich mich nicht Can ich sagen? Ich bin nicht okay Auch auf dem Game Ja, aber sag Ah Okay Welches Secret? Oh, fuck Du warst im ersten Part schon Nah dran Es ist nicht so schwer Es ist wirklich nicht so schwer Es ist eigentlich Eigentlich findet Eigentlich findet man es sofort Aber manchmal ist das Spiel fies Fuck Naja, also ich war im ersten Part Auf jeden Fall nur Hier oben, glaube ich Und bin nur kurz in den Dungeon Aha Uh, ja Ja Der arme alte Mann Der gibt T-Bag Welcher alter Mann Das ist eine Vase Was laberst du? Tu mir leid Ich habe Sand in den Augen Jetzt sehe ich es auch wieder Tu mir leid Ja, kann passieren Kann passieren, ja Hier ist eine Kiste Strange Hm Was könnte das Okay Oh, ich erinnere mich Ich erinnere mich Das habe ich schon mal geholt Ich muss jetzt diese andere Scheiß Traube erwischen Oh nein, oh nein, oh nein Nein Okay, ich gehe nochmal neu in den Raum Scheiße Oh, die Musik ist so gut, Mann Oh Ich hasse diese Viecher Die sind so scheiße Weißt du, was denkst du eigentlich Was denkst du eigentlich, dass du sagst Zubatze sind die schlimmsten, Junge Was ist los mit dir? Oh Ich, ich Rage geht ja jetzt schon Wenn ich die einfach nur sehe Diese scheiß roten Augen da Oh Mann Ich kann kein Timing für die entwickeln Weil die Peitsche auch so kacke ist Warte mal Man muss ein bisschen früher schlagen Man kann natürlich auch die Shootings nehmen Oder von unten Also dran schlagen Danke für den Tipp Oh Jetzt hat der voll viel gebracht Oh fuck Ich hasse mein Leben, Alter Mach 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 doch einfach Ja Ich hasse es Wow Riese First Try, Alter Voll einfach, Mann Sexy Guy Was ist wohl das? Ein Horn? Shellhorn? Ich habe selbstständig wieder gelöst Was? Alter Das ist ein Shell und ein Horn Nice Das sind ja auch schöne Sounds Ist das etwa horny? Übrigens, warte, was wir mal machen können Nicht wieder ausrüsten Das ist natürlich eine Idee So, ich werde mich jetzt ertränken Oh Gott, ich erinnere mich Die Erinnerung Sie sind so frisch Oh mein Gott Ja, du sagst es Ja, okay Sie sind nicht frisch genug, aber Uh Oh, äh Rapists ahead If you're not confident In keeping your balance Do not enter Okay Oh, da sind die Rapists Nein Tauben Jetzt können wir uns die, äh Graalpunkte holen Das wird jetzt nice Graalpunkte, genau Das, ich habe Ich weiß ganz genau, was die machen Ja 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 Wirst du schon sehen dann Das sind diese Tafeln, die eine Krone aufhaben Also du kannst jetzt alle Tafeln leben übrigens, ne Das, äh, oh, das wird lang dauern Ja Aber die geben hilfreiche Tipps Den armen, armen Geheimnisjäger hier schlagen Das tut mir echt leid, hm Ist heute richtig sad Nee, der ist glücklich Wie hast du's gemacht? This is where the mother sleeps A path of twiles where only heroes that do not fear death may enter Mit M Death Death Metal Death 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 Hier Hier, jetzt Da ist gar nichts Da ist auf einmal gar nichts oben Ich versuche gerade die Tafel zu identifizieren, hör auf zu reden Ich muss das Ab Screenshot Gibt keinen Spoiler Da muss man ins Photoshop, ins Photoshop rein tun Ins Photoshop Äh, und, äh, dann muss man sich dreimal im Kreis drehen, seine Nase einmal antippen und dann wird man von einem Zubat geschlagen und kann dann, äh, das Spiel durchspielen Ja Fast Ah Was Ich, 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 ich eskaliere manchmal zu schnell einfach Komm jetzt, zumindest die Kralpunkte von den Welten will ich jetzt sehen Wo wir waren Ich, jedes Mal frage ich mich immer wieder so, was? Wenn der mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich wirft Wieso heißt der Mario- Ah, das ist ja ein Teleportations-Grab oder so Ja Erinner mich Lies mal die Tafel Ist die Guidance Gate, ein Ort, um die Menschen zu gehalten, die, die diese Tafel zu verhindern würden Exakt Äh Was geht die Guidance Gate Jetzt können wir uns dahinter reputieren, oder was? Ja Mit eins Können wir da immer wieder hin Komm von der nächsten Welt auch noch Los, los, los Mehr Kralpunkte Mehr Kralpunkte, bitte Ach, ich kann mir eine 3 angreifen, Alter Gib ein paar mehr Kralpunkte her, das wär schön Da ist eine wichtige Tafel, glaub ich Wie, ah ja, da ist ja dieses heilige, ähm, Jesuskreuz auf einem Jesuskreuz Ja Oder auf einem satanistischen Jesuskreuz, oder so The sad tale of the Giants Okay, richtig Der Hysterie is recorded Second Ja Aber es ist Es ist für die Story wichtig Achso, ja Ebenfalls Danke So, ähm Der Regenschirm, der macht doch sicher noch was, oder? Jetzt Genau Der hat was gemacht Nichts nämlich Oh no Komm schon, jetzt aber Oh 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 Wow Das war, das war voll geplant Sexy guy Nein Ich bin gespannt hier oben Ich mach mal das hier Ich mach mal das hier Was? 100 Schuriken 100 Schuriken Nicht schlecht Ja Ja Warum leben die alle wieder Das ist alles Ich würde empfehlen einfach schnell durchzugehen Immer wenn Nein Die sind ja Unpredictable Nein Die sind sehr predictable Easy You see, it's easy Mega, das ist voll alt Natürlich Natürlich Nein Nicht darüber Auf die Treppe Leiter Treppen Und der Leiter Nein Okay Heute ist ein schöner Tag Um 22 Uhr So, aber jetzt Ich glaub Ich glaub an dich Alter Nein Dieses Spiel Die Steuerung ist so wunderschön Soll Soll das Gehirn helfen Oh So Genau das wollte ich die ganze Zeit machen Also Das ist übrigens eine Tafel Das will ich gar nicht mehr Ja, da wollte ich die ganze Zeit hin Aber ich hab Angst vor den Viechern gehabt Und das war Es ist einfach dümmer gelaufen Als erwartet So Das ist wirklich ein guter Hinweis Das ist wirklich ein guter Hinweis Das ist wirklich ein guter Hinweis Verstanden Sehr gut So Das ist eine Aufgabe für das Gehirn Das würde ich mir merken Das kommt nächste Woche im Test Ja Und 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 ich muss abschreiben Wer braucht schon Sound Nein Die Puffen Okay Ich weiß nicht genau Fangen wir erstmal an zu puffen Wo im fern im fern ein Top Path ist Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö Exakt so Da oben auf Sonic Sonic Ah, sanic! Alter, das ist sehr interessant. Soll ich das lesen? Ja, ich war ja gerade dran. Oh, okay. Ich hab's bald, ich hab's bald. Okay, gut. Schuh, Schuh, keine Ahnung. Ein Monster, der trinkt das Lebensblut von pure Meidens und hat eternale Kraft erreicht, nicht in der ganze Zeit des Sacrifice. Okay. Ich kann irgendwo hineinfallen. Da gibt's aber einen Sound. Alles klar. Das wär ja viel zu leicht, bitte, wenn er... Einfach im Podest, neben der Kiste. Ist ja nicht Zelda hier. Ist gerade meine Ehre beleidigt. Ah, nein! Nein! Nach Hause teleportieren? Nein. Denkst du, ich bin... Oder schaffst du noch den zweiten Kralpunkt jetzt? Oh. In the Temple of the Sun, a new trap fills a hole and... conceals a trigger. Hab ich das nicht schon gesehen? Naja. Äh, ich versuch jetzt, äh, noch das zu bekommen irgendwie. Weißt du, wo das ist, der eine... der andere Kralpunkt? Ja, natürlich! Okay. Sehr gut. Oh, nein. Oh, Mann! Ich wollte doch das Schwert ausprobieren. Jetzt kann ich das gar nicht. Scheiße. Du kannst die... Les mal die... Les mal eins der Schild... Also die... Die Tafel da oben. Das ist mir gerade auch eingefallen, nachdem du's gesagt hast. Vielleicht ist da ein Hinweis oben. Auch nur vielleicht. Niemals. Nee. Nee. So schön, die nicht machen die Entwickler. Ja. Da steht jetzt was mit, äh... Sammle das Trifoss der Power ein. Das Trifoss der Rüstung. Ich meinte natürlich der Weisheit oder irgendwie so. Und das Trifoss der... Der, äh... Gläubigkeit oder so. So. Perfekt. Genau das steht da, ja. Ja. Also... The Guild hides... Search key first water. I'm cooking the water. Äh... Okay. Der Tipp für das Rätsel. Oh. Ich weiß nicht genau wo der dann ist. Es sollte eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Aber ist egal. Ich werde erstmal hier, äh... Versuchen das Ding zu aktivieren. Wird nicht klappen. Aber... Wo ist das? Soll ich dich hinführen? Ich werde vorher sterben. Ich glaube nicht, dass das... Soll ich dich hinführen? Soll ich dich hinführen? Soll ich dich hinführen? Rechts runter. Aber ich steuere. Ähm... Hallo? Hallo? Lol. Oh Junge, bei mir bricht manchmal einfach so der Ton ab. Ähm... Was passiert? Äh, es passt wieder. Es passt wieder. Sag was. Hallo? Test? Hallo? Ja, ich hör dich. Okay. Ja, bei mir hat gerade der Ton einfach so abgebrochen von... Wegen dem AUX-Kabel. Irgendwas ist da los. Okay, ja. Ich glaube, mein Internet ist aber nicht so gut. Ja, aber die Steuer... Okay, die mal nach... Die Steuerung war ja... War ja noch perfekt, aber ich hab halt dich nicht mehr gehört. Das war einfach nur... Okay, die mal nach unten. Gut. Äh... Ja. Unten, ja? Ja! Siehst du dieses Fuck-Film? Unten! HALT DEIN! ACHTEN! ACHTEN! Das wird sehr schön anzuschauen. Wollen sie euch noch gleich? Hier haben wir ja nicht weiter das Geld. Nach rechts, ne? Muss ich, oder? Ne, muss nach unten jetzt erst mal. Ah, okay. Ja, nach links. Äh, aber wie komm ich da nach links? Hä? Schon mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn man nach links geht? Da passiert doch gar nichts. Ne, ich glaub... Ich glaub, ich... Ich hab mich, glaub ich, erinnert, aber du... Du musst, glaub ich... Nach rechts! Nach rechts, Mann! Bist du dumm! 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 Ist jetzt halt problematisch, weil gegen die Viecher kann ich nichts ausrichten. Kann ich schon mal sagen. Das ist schwer, ja. Hi! Hi! Ist nicht so schön. Ach, warte, ich hab ja noch meine... ...meine Shurikanes. Seinen Pro-Tipp haben! Meine Shurikanes! Ja! Schieß dir mal schön in den Arsch jetzt. Komm, mach's! Wow! 360 Nose! Go! Scheiße! Oh, er ist aber tot! He is dead! Geh einfach durch da unten! Oh, nice! Geh einfach durch! Oder du kannst den Schalter noch benutzen, natürlich! Ist das Mindeste? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Lass mich schnell! Oh, scheiße! Ich geh einfach drüber! Ich hab Angst! Ah! Da! Wie kann ich da durch? Wie kann ich da durch? Ich muss ein bisschen dagegen laufen, das dauert immer ein bisschen. Ach so, okay. Ich bekomm irgendwie zu schnell Panik. Oh, jetzt kommt was Cooles. Sag mir nicht, dass was Cooles kommt, sag mir, dass da irgend so eine Krone oder Dings... Oh, scheiße! Ich erinnere mich! Oh nein! Die Faust! Die scheiß Faust! Ich erinnere mich! Wenn du es jetzt noch ein bisschen schaffst, dann bist du da! Ja! Und du kannst auf dem Band stehen, übrigens von dem Giganten! Ich kann auch einfach das Ding hier zerstören! Kannst du auch machen, ja! Du bist ein Kunst cooler! Ich komm, du hast mal Angst! Ups! Komm, ich klau an dich! D-B-M! Wo ist M? Wo ist M? Wo ist M? Wo ist M? Da ist M! Geil, ist ja nichts gebracht! Ich würde gerne nehmen... Ich würde nichts passieren, ne! Ja! Soll ich M drücken immer? Ähm... Tatsächlich wär´s sogar... Äh, ja gut, ne eigentlich... Ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig, äh, mit ins Menü reingehen, das ist das Hauptproblem. Boah, was ist das? What? Das ist ein Knotenpoint? Oh. So, manchmal wird sogar noch ein Input verschluckt. Oh mein Gott, war das knapp, da ist dieses Viech. Oh, this is the Mausoleum of Giants. The sad memory of the Waste of Giants. Ja, die armen Giganten. Und? Yay! Wir haben zwei Knotenpunkte. Puh, ich würde sagen, erst mal absafen. Und ich würde sagen, das war es mit dem Part. 26 Minuten. Nicht schlecht. Das ist ein guter Fortschritt, bitte. Ja, also... Wir haben ganze zwei Save Points oder so jetzt gemacht. Jetzt kommen wir schneller dahin. Jetzt haben wir Zeitsparerlebnis von... Nice. ...155 Prozent. Sehr schön. Das ist super in der Aufnahme. Geil, 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 geil. Man muss ja kompieten und so. Gut. Das war es mit dem Part. Wir haben in einer Niveauvollen Note jetzt geändert. Und... Chessy. 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 Chessy.